Brauchst du nur 200? Ich weiß ja nicht. Ja, also so hab ich... So hab ich's jetzt auch geschafft. Mit Aufnahme. Ich wollte ja eigentlich oben draufbleiben. Okay. Ah, okay. Kannst du mich vielleicht jetzt lotsen? Jetzt steh ich ganz oben drauf. Nö. Siehst du mich überhaupt? Ich seh dein... Ich hab die Tür gesehen. Ich muss im Prinzip nur geradeaus. Ah. Ah. Verdammt. Naja. Ah. Ah. Okay.